Die Hildegard von Bingen Schule in NRW hat auf sich aufmerksam gemacht, leider nicht im positiven Sinne. Die Schüler der sechsten Klasse haben im Biologieunterricht Arbeitsblätter erhalten. Soweit so unspektakulär. In diesen Arbeitsblättern ging es um das Thema Geschlechtsumwandlung. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob eine sechste Klasse wirklich der richtige Ort und auch der richtige Zeitpunkt ist, über dieses Thema zu sprechen. Das ist die eine Sache. Allerdings wird in diesen Arbeitsblättern das Thema, wie eine selbstverständliche und unkomplizierte OP behandelt. Und das ist sie bei Vatim nicht. Oben steht die Frage, welcher Gruppe gehören die nachfolgenden Personen an? Ordne sie zu. Ob Lehrer ihren Sternchen seinen Tag als Frau oder als Mann verbringt, macht sie Sternchen R davon abhängig, wie sie Sternchen R sich morgens fühlt. Na, alle den Satz behalten? Manchmal als Frau, manchmal als Mann. Wenn Lea sich aber morgens wie ein Toaster fühlt, dann setzt sie sich einfach auf die Küchenzeile zu den anderen Haushaltsgeräten und muss nicht zur Schule gehen. Denn es gibt für Toaster in Deutschland keine Schulpflicht. Oh, ich glaube, da habe ich mich verlesen. Das steht da gar nicht. Seit Paul denken kann, fühlt er sich als Frau. Ob er sein biologisches Geschlecht operativ anpassen lässt, weiß er noch nicht. Paul ist nicht in der Lage, sich als Frau zu fühlen, weil Paul keine Frau ist. Paul hat eine psychische Störung. Geschlechtsinkongruenz. Da das in den meisten Fällen auf eine Ursache in der Kindheit zurückzuführen ist, meist auf ein Trauma oder Missbrauch, wäre es wichtig, dass sich Paul in therapeutische Behandlung begibt, bevor er oder seine Eltern eine Entscheidung treffen, die Paul dann für den Rest seines Lebens bereuen wird. Nein, das steht da auch nicht dabei. Zaynep fühlt sich im falschen Körper geboren. Sie möchte sich so rasch wie möglich operieren lassen, um endlich als Mann leben zu können. Also was nehmen wir daraus mit, Kinder? Wenn ihr euch in eurem Körper nicht wohlführt, dann lasst euch einfach operieren und die Welt ist in Ordnung. Dieses Bild wird einer sechsten Klasse, elf- bis zwölfjährigen, vermittelt. Ich werde versuchen, Kontakt zu dieser Schule bzw. dem Elternvorstand herzustellen, weil mich deren Meinungen dazu brennend interessieren. Kindern, die am Anfang ihrer Pubertät stehen, wo fast niemand mit sich und seinem Körper zufrieden ist, nicht mal die meisten Erwachsenen sind mit ihrem Körper zufrieden, denen solche Gedanken in den Kopf zu setzen, ist unglaublich gefährlich. Es wird aber noch besser. Die Blätter stammen in Kooperation mit Lehrer Online aus dem Pubertätsportal der Tamponmarke Always, denen wirtschaftliche Interessen nachgesagt werden. Oh Wunder. In Kanada und den USA würden sie bereits einen Markt für Transgender erproben, sagte Rona Duwe, Frauenaktivistin und Mitglied der Aktivistengruppe, lasst Frauen sprechen. Dass sie offenbar über die Plattform Lehrer Online Einfluss auf den Sexualkundeunterricht in Deutschland zu nehmen versuchen, ist mehr als befremdlich, sagte Duwe. Ich bin wieder bei gefährlich. Auch hier äußert sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und ist entsetzt. Ich sehe das bezogen auf die Altersgruppe sehr kritisch. Die sind ja alle in der Pubertät und unsicher, beziehungsweise suchen erst noch ihre Rolle. Sie in dieser Phase mit der Frage von Geschlechtsumwandlung zu konfrontieren, ist unsensibel, unpädagogisch und schadet mehr als es nutzt. Eine Mutter eines betroffenen Schülers ist gegenüber Bild entsetzt. Zu Recht, denn es heißt, dass die Lehrerin weder auf irgendwelche Risiken noch Folgen einer solchen geschlechtsangleichenden OP hingewiesen haben soll. Es sei überhaupt nicht thematisiert worden. Die besorgte Mutter zu Bild, diese Arbeitsblätter, auf denen nicht wissenschaftliche Szenebegriffe verwendet werden, verfestigen Rollen und Stereotype. Dem Kind, das sich nicht mit dieser Sexualisierung wohlfühlt, wird vermittelt, dass sein Körper falsch sei und operativ angepasst gehört. Ihr müsst euch das wirklich einmal vor Augen führen. Geschlechterstereotype in irgendwelchen Formen, in allen Formen sollen aufgebrochen werden. Farben haben kein Geschlecht, jeder kann ein Kleidchen tragen, jeder kann sich die Haare lang wachsen lassen, jeder kann sich schminken. Wenn die kleine Nancy oder der Karl sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen, weil sie gerade in die Pubertät kommen und er sich verändert, dann sind sie eben im falschen Körper geboren worden. Mit einer einfachen OP lässt sich das dann angleichen. Dann lebt Karl in Zukunft als Frau und Nancy zukünftig als Mann. Denn wie wir im Bundestag gelernt haben oder von den Öffentlich-Rechtlichen, reicht es aus, sich zu schminken, Röcke und hohe Schuhe zu tragen, ach ja, und Eierlikör zum Kaffee zu trinken. Dann ist man eine Frau. So einfach ist das, liebe Kinder. Wer fördert hier Stereotype und fragwürdige Rollenbilder? Die Schule sieht da offenbar kein Problem. Das Thema und der Unterrichtsinhalt seien konform mit dem Lehrplan des Bundeslandes. Naja gut, Thema und Inhalt, nur die Form des Inhaltes oder wie dieser präsentiert wird, das ist doch hier das Problem. Sollten Eltern damit ein Problem haben, können sie sich vertrauensvoll an die Fachlehrerin oder mich als Schulleiter wenden, so der Schulleiter. Das Schulministerium NRW ließ auf Anfrage mitteilen, dass die Auswahl der Lehrmaterialien in der Verantwortung der Lehrer liege. Auf die Frage, wie das Schulministerium zu der Empfehlung der raschen Umoperation steht, heißt es aus dem Schulministerium, In der Schule sollen vielfältige geschlechterbezogene Biografien thematisiert werden. Eine medizinische Beratung, ob und wann geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen werden können, gehöre nicht zu den Aufgaben von Schule. Ach was? Wirklich nicht? Seid ihr da von allein drauf gekommen? Na immerhin da sind wir uns einig. Es macht einen Unterschied, ob man einfach nur unterschiedliche Biografien thematisiert oder Kinder mit einer Ideologie indoktrinieren möchte, die sie verunsichert und möglicherweise größeren Schaden, ziemlich sicher größeren Schaden als Nutzen bringen wird. Wenn dann nicht mal mehr auf etwaige Risiken oder Folgen hingewiesen wird, dann wird es, wie bereits erwähnt, wirklich gefährlich. Und ist man der Meinung, diese Kinder seien vielleicht zu jung, um sie vor potenziellen Folgeschäden einer solchen Operation oder eben Angleichung zu warnen oder darauf hinzuweisen, dann sind sie für das Thema selbst möglicherweise auch zu jung. Erst die Messerattacke in einem Regionalzug in Kiel. Zu Beginn heißt es noch, es gäbe bisher nur Verletzte. Dann zwei Tote. Der Täter soll erst aus Syrien kommen. Jetzt handelt es sich um einen staatenlosen Palästinenser. Er ist Polizei bekannt. In Essen lauert ein türkischstämmiger Deutscher seiner Schwiegermutter auf, sticht mehrfach auf sie ein. Sie stirbt noch am Tatort. Dann eine Meldung aus Spanien. Ein Marokkaner soll mit dem Ruf für Allah in eine Kirche eingedrungen sein und hatte die Menschen aufgefordert, sich zum Islam zu bekennen. Den anwesenden Priester hat er mit der Machete verletzt. In einer weiteren Kirche, 200 Meter die Straße runter, stellte sich mein Messdiener entgegen. Dieser wurde bei dem Angriff tödlich verletzt. Er wurde umgebracht. Einzelne Beispiele, auch aus verschiedenen Ländern, haben grundsätzlich keine besonders hohe Aussagekraft. Ich bin allerdings nicht der Einzige, der in der Lage ist, bestimmte Muster zu erkennen. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland allein fast 20.000 Messerangriffe. Mindestens 100 Todesopfer. In dieser Statistik sind Migranten überproportional vertreten. Nicht selten sind diese bereits Polizei bekannt. Der Täter war bis vor einer Woche noch in Untersuchungshaft. Ibrahim A. wurde 1989 in Gaza geboren und gilt damit als staatenlos. Er reiste 2014 nach Deutschland ein. Im Januar 2015 stellte er einen Asylantrag. Seit 2015 ist er mindestens zwölfmal polizeilich in Erscheinung getreten. Ermittelt wurde gegen ihn im Jahr 2015 wegen Ladendiebstahl in Euskirchen. Missbrauch von Scheckkarten in Bonn. 2016 wegen gefährlicher Körperverletzung in Euskirchen. Gefährlicher Körperverletzung in Bad Münstereifel. Nochmal Ladendiebstahl in Euskirchen. 2018 Körperverletzung in Köln. 2019 sexuelle Nötigung in Euskirchen. 2020 Sachbeschädigung in Euskirchen. Körperverletzung in Bonn. Zweimal Körperverletzung in Euskirchen und Bedrohung. Bis zum 19. Januar diesen Jahres befand er sich in Untersuchungshaft. Laut ersten Einschätzungen aus Sicherheitskreisen soll es sich nicht um einen Gefährder handeln. Er soll bei seiner Festnahme einen stark verwirrten Eindruck gemacht haben. Hätte ich mutmaßen sollen, hätte ich auf eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung spekuliert. In diesem Fall sieht das aber ein wenig anders aus. Das Hamburger Abendblatt schreibt hierzu, Christoph Lenk schätzt Gewalttäter ein. Er spricht über die Trefferquote der Gutachten und die Quote tatsächlich kranker Täter. Wer Menschen scheinbar wahllos in einem Zug niedersticht, muss psychisch krank sein. Diese Einschätzung erteilt Dr. Christoph Lenk, Facharzt für Psychiatrie in Hamburg, eine deutliche Absage. Aus einer Tat, so schrecklich sie auch sein mag, das Vorliegen einer psychiatrischen Erkrankung herzuleiten, ist fast immer ein Trugschluss, sagt der Experte. Da müssten aber so einige Fälle aus der Vergangenheit noch einmal völlig neu beurteilt und möglicherweise dann auch verhandelt werden. Messerattacke Brugstedt Ibrahim A. wurde als voll schuldfähig eingeschätzt. Nach dem furchtbaren Verbrechen im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg, bei dem zwei junge Menschen getötet und fünf weitere verletzt wurden, stellt sich die Frage nach dem Motiv. Und die Frage, ob es vorher Hinweise gegeben hat, die auf eine besondere Gewaltbereitschaft des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. schließen könnten. Nach Abendblattinformationen ist der 33-Jährige bereits einmal begutachtet worden und wurde demnach als voll schuldfähig eingeschätzt. Dagegen meinte der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Mathiesen, bei einer Pressekonferenz, ich glaube, wenn Menschen schwer verletzt oder tötet, kann nicht ganz normal sein. Natürlich sind diese Menschen nicht ganz normal. Aber immer von einer psychiatrischen Erkrankung auszugehen, was in allen Fällen die Schuldfähigkeit mindert, ist in diesem Fall meiner bescheidenen Meinung nach absolut nicht richtig. 95% der schweren Gewalttaten aus kriminellen Gründen. Konkret zum Fall Ibrahim A. möchte Lenk, der seit 23 Jahren als psychiatrischer Gutachter arbeitet und seit gut 10 Jahren in Gerichtsverhandlungen als psychiatrischer Sachverständiger tätig ist, sich nicht äußern. Doch er verweist auf Erkenntnisse aus Fachkreisen, nach denen 95% der schweren Gewalttaten aus kriminellen Gründen begangen würden. Als vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig könnte jemand aufgrund unterschiedlicher Krankheiten oder psychischer Ausnahmezustände eingestuft werden, wobei der Gesetzgeber vier Merkmale vorgesehen hat. Die tiefgreifende Bewusstseinsstörung, also klassischerweise eine Affekttat, eine Intelligenzminderung, die früher als Schwachsinn bezeichnet wurde, eine krankhafte seelische Störung, zum Beispiel Schizophrenie oder eine schwere andere seelische Störung. Ich bin mir sicher, wenn man ganz genau hinguckt, bei jeder schweren Gewalttat oder Attacke findet sich immer einer dieser Gründe, am ehesten der letzte, eine schwere seelische Störung. Nehmen wir diesen Maßstab nun zukünftig bei allen wahllosen Attacken, wo man sich die Hintergründe nicht anders erklären kann? Ist das der Weg, den wir in Zukunft gehen sollen? Mich würde stark interessieren, welche Sicherheitskreise beschlossen haben, dass es sich nicht um einen Gefährder gehandelt haben soll. Am 18. Januar 2022 habe der Mann vor einer Essensausgabe für Wohnungslose mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen. Dabei habe er zuvor große Mengen Heroin, Kokain und Alkohol konsumiert. Er kann froh sein, dass sich danach kein Polizist auf seinen Rücken gekniet hat. Dann fügte er dem anderen Mann potenziell lebensgefährliche Verletzungen zu. Falls ein Hobby-Demosanitäter noch einmal auf die Idee kommt, von lebensgefährlich verletzten Personen zu sprechen, wenn jemand mehrfach auf dich einsticht, dann bist du potenziell lebensbedrohlich verletzt. Das macht hier den feinen Unterschied aus. Aber das zu beurteilen, überlasse ich im Endeffekt dem Zuschauer. Warum ist der Mann ein Jahr nach seiner Tat schon wieder frei? Nach dieser schrecklichen Gewalttat. Und warum gilt er jetzt nicht als Gefährder? Die verhängte Strafe vor wenigen Tagen hatte nahezu das verhängte Strafmaß erreicht. Die Richterin am Landgericht habe entschieden, den Mann noch am selben Tag freizulassen, da die Haft als unverhältnismäßig bewertet wurde. Sag mir, dass unser Rechtsstaat kaputt ist, ohne mir zu sagen, dass unser Rechtsstaat kaputt ist. Ich bin kein Jurist. Wenn eine einjährige Haftstrafe schon unverhältnismäßig sein soll, nachdem man vollkommen zugedröhnt auf einen anderen Mann eingestochen hat, dann bin ich auch wirklich froh darum, keiner zu sein. Unsere Innenministerin, für die die größte Gefahr in diesem Land immer noch von rechts aus geht, äußert sich wie folgt dazu. Der Messerangriff in einem Regionalzug ist eine erschütternde Nachricht. Alle unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien. Ich habe gerade mit der schleswig-holsteinischen Innenministerin, Dr. Sabine Sütterlin, gesprochen und meine Anteilnahme ausgedrückt. Den Verletzten wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie wieder gesund werden. Die Hintergründe der Tat werden jetzt mit Hochdruck aufgeklärt. Den Polizei und Rettungskräften im Einsatz danke ich sehr herzlich. Eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger sind tot. Die beiden haben offensichtlich Glück, dass sie ihnen ihre Anteilnahme aussprechen. Ein kleiner Exkurs zur unendlichen Anteilnahme unserer besten Innenministerin, die es je gab, zumindest solange sie noch Innenministerin ist. Sie hat ja immerhin einen Backup-Plan als potenzielle Ministerpräsidentin, aber dazu erzähle ich euch ein andermal mehr. Illa Kirchberg. Ihr werdet euch erinnern, der kleine Ort in Baden-Württemberg in der Nähe von Ulm. Dort, wo die 14-jährige Etche ermordet und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt wurden. Die Fragen nach den Konsequenzen sind noch immer nicht geklärt. Der Bürgermeister von Illa Kirchberg hat einen Versuch unternommen, die Fragen zu all dem zu besprechen. Es gab einen Bürgerdialog, mehr als 300 Menschen kamen am Mittwochabend, Vertreter der Polizei stellten sich den Fragen, auch ein Gesandter des baden-württembergischen Justizministeriums war dabei. Es wurde geredet, aber geklärt wurde kaum etwas. Und es gab eine auffällige Leerstelle. Faeser war nicht vor Ort. Sie war schon im Dezember nicht gekommen, direkt nach dem Messerangriff auf die beiden Mädchen. Viele Fragen bei diesem Dialog gingen direkt in Richtung Berlin. Die Verantwortlichen für die katastrophale Asylpolitik der letzten Jahre sitzen nämlich dort. Sie saß nicht auf dem Podium in Illa Kirchberg, auch keine anderen Verantwortlichen aus Berlin. Es ist nicht das erste Mal, dass die Gemeinde von einer schrecklichen Tat heimgesucht wird. Im Jahr 2019 wurde eine 14-Jährige in der Asylunterkunft von vier Männern aus dem Irak und Afghanistan vergewaltigt. Ein Iraker wurde nach seiner Haft abgeschoben. Einer der verurteilten Afghanen ist seit Ende März vorigen Jahres wieder frei und kehrte unter Meldeauflagen nach Illa Kirchberg zurück. Also den Ort, die Gemeinde, in dem er zuvor mit seinen mutmaßlichen Kumpels ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt hat. Er musste sich wöchentlich dort bei der Polizei melden. Die Täter wurden zu jeweils rund zweijährigen Haftstrafen verurteilt. Jetzt könnte man sich fragen, warum der Täter wieder in der Gemeinde untergebracht wird, in der er zuvor straffällig geworden war. Das hängt damit zusammen, dass das Regierungspräsidium Tübingen vor der Haftentlassung eine räumliche Beschränkung für den Alp-Donau-Kreis erlassen hatte. Eine Unterbringung in einem anderen Landkreis war laut dem Landratsamt deshalb nicht möglich. Wenn der Iraker nach seiner Haft abgeschoben wurde, warum nicht auch der 30-jährige Afghane? Ich halte den Gedanken der Resozialisierung für äußerst nobel und kann ihn bei gewissen Straftaten auch wirklich nachvollziehen. Selbst wenn sich Kriminologen darüber einig sind, dass höhere Haftstrafen grundsätzlich nur eine bedingt abschreckende Wirkung haben, liegt es in der Verantwortung unserer Regierungsvertreter, dass die Bevölkerung vor diesen Menschen beschützt wird. Die Sicherheit von Rückführungen sei in Zeiten des Taliban-Regimes nicht gewährleistet. Auch die EU hat zuletzt gefordert, dass Abschiebungen konsequenter durchgeführt werden sollten. Dem erteilte Nancy Faeser eine Absage. Vielen Dank nochmal in Richtung Berlin, bald wahrscheinlich in Richtung Hessen. Deshalb werde dorthin nicht abgeschoben. Der betroffene Afghan ist mittlerweile untergetaucht. Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges von der CDU hatte sich in einem Brief an Bundesministerin Nancy Faeser dafür ausgesprochen, dass der Mann nach Afghanistan abgeschoben wird. Der Afghane war bereits am 20. Mai 2021 ausgewiesen worden und kam Anfang 2022 aus der Strafhaft in die Abschiebungshaft. Die Polizei sehe bei ihm eine Rückfallgefahr für Sexualstraftaten zum Nachteil unbekannter junger Frauen, warnte der baden-württembergische Justizstaatssekretär Siegfried Lorek von der CDU in einem Schreiben an das Bundesministerium kurz vor Weihnachten 2021. Schon damals forderte das Land die Bundesregierung auf, Abschiebungen nach Afghanistan in Einzelfällen wie diesen wieder aufzunehmen. Lorek führte auch die bevorstehende Entlassung eines anderen Afghanen in Baden-Württemberg an, den Sicherheitsbehörden als islamistischen Gefährder im Hochrisikobereich einstufen. Aufgrund vorliegender Radikalisierung und deutlicher Gewaltbereitschaft ist mit Anschlagsplanungen zu rechnen, heißt es in dem Dokument. Doch in beiden Fällen ließ die Bundesregierung das Land abblitzen. Auf Anfrage teilt das Justizministerium Baden-Württemberg mit, dass FESA das aktuelle Schreiben von Justizministerin Gentges bislang unbeantwortet ließ. Auf Fachebene sei jedoch mitgeteilt worden, dass weiterhin keine Abschiebungen nach Afghanistan möglich seien. Wer wird die politische Verantwortung tragen, wenn der Afghane wieder zum Täter wird? Eine Innenministerin, die Abschiebungen verhindert? Eine Innenministerin, die den Fokus ihrer Arbeit auf ein rechtes Gespenst setzt? Auf dem linken Auge blind ist und die Asylpolitik weiterhin voll vor die Wand fährt? Eine Innenministerin, der der Wahlkampf zur möglichen Ministerpräsidentin, zur Spitzenkandidatin der SPD in Hessen wichtiger ist als ihre Arbeit als eben Innenministerin? Nach Anne Spiegel und Christine Lambrecht müssen die Nächsten Nancy Faeser und Karl Lauterbach heißen, die ihr Amt abtreten. Eine katastrophale Fehlbesetzung, Ideologie statt Pragmatismus. Das ist offensichtlich der Weg, den unsere Bundesregierung hier eingeschlagen hat. Das Statement der Innenministerin von Schleswig-Holstein. Hätte diese Tate nicht verhindert werden können? Der Täter war ja bereits, wie Sie bereits auch festgestellt haben, als Intensivtäter bekannt. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, ob man das hätte verhindern müssen. Die Frage lautet, ob die Tat hätte verhindert werden können. Sie beantwortet die Frage, ob man es hätte verhindern müssen. Natürlich hätte man es verhindern müssen, aber das war ja offensichtlich nicht möglich. Die Frage, ob es hätte verhindert werden können, die kann man ziemlich sicher mit Ja beantworten. Er hat seine Strafe verbüßt. Er ist entlassen worden. Und insofern ist erstmal nichts unbedingt sofort zu tun. Das ist natürlich auch eine Frage, die im Rahmen der Justiz entschieden wird. Und da gibt es sehr fachkundige Menschen, die sich genau darüber Gedanken machen, ob es noch eine Betreuung nach der Haft geben muss. Und offensichtlich hat man hier in diesem Fall gesagt, er hat seine Strafe verbüßt, was ich eben schon gesagt habe. Und das ist so vorgesehen in unserem Rechtssystem. So bitter, wie das jetzt ist. Die Haftstrafen für Intensivtäter in Deutschland sind ein schlechter Witz. Ein wirklich schlechter Witz. Ein Afghane bekommt nach einer Vergewaltigung von einer Minderjährigen eine Haftstrafe von zwei Jahren. Dann meldet er sich nicht mehr bei der Polizei. Warten wir jetzt einfach, bis es zur nächsten Tat kommt. Wie intensiv wird nach diesem Mann eigentlich gesucht? Wie weit soll das Ganze noch gehen? Zwei junge Menschen haben am 25. Januar 2023 wieder ihr Leben lassen müssen. Durch einen Mann, der nach seiner Haftstrafe offensichtlich völlig falsch eingeschätzt wurde. Und der Innenministerin fällt dazu ein, So bitter, wie das jetzt ist. Man möchte die Frau ganz gerne fest schütteln und fragen, was in ihrem Kopf nicht richtig läuft. Ich will euch auch nochmal daran erinnern, dass Nancy Faeser nie, zu keinem Zeitpunkt bis heute in Iller-Kirchberg gewesen ist. Wollt ihr noch einmal wissen, wo sie hingegen direkt vor Ort war? Als ein Feuerwehrmann einen Strohhaufen, eine alte Scheune und eine Flüchtlingsunterkunft von Ukrainern angezündet hat. Aufgrund dieser Schmiererei draußen mutmaßte man einen rechtsextremen Hintergrund. Eine Mahnwache wurde übrigens auch noch organisiert. Die Priorisierung unserer Regierung ist eine Farce. Ihr spuckt auf die Probleme und Realitäten, vor denen eine durch sinnlose Corona-Maßnahmen und Sanktionen gebeutelte Bevölkerung hier steht. Millionen für Masken, Millionen für Impfstoffe, Korruption, peinliche Auftritte. Abgefilmt könnte die Ausgabe unserer Regierung derzeit direkt nach Berlin Tag und Nacht laufen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch recht herzlich für die Zivilcourage der anderen Fahrgäste zwischen Kiel und Hamburg bedanken, die unter Lebensgefahr den Mann überwältigt haben. Vielen Dank. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen möchte, hoffe ich, dass ich und die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land dazu in der Lage sein werden, eine so geistesgegenwärtig richtige Entscheidung zu treffen, wenn es jemals zu so einer Situation kommen sollte. Wenn es um das Thema Migration und Flüchtlinge geht, dann bietet es sich an, es drängt sich geradezu auf, hier über Hans-Georg Maaßen zu sprechen. Fielen wahrscheinlich lange Zeit kein Begriff, bis er von Horst Seehofer in den einstweiligen Ruhestand geschickt wurde. Maaßen hatte damals in einem Bildinterview klargestellt, dass es nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in Chemnitz keine derartigen rechtsextremistischen Hetzjagden gegeben habe. Die gesamte Berichterstattung hat sich auf ein veröffentlichtes Video auf Twitter von Antifa Zeckenbiss gestützt. Ein Typ rennt einem anderen hinterher und sogar die New York Times berichtet davon, dass in Deutschland Nazis wieder Ausländer und Flüchtlinge jagen würden. Wie wenig ausreicht, um daraus ein rechtsextremes Märchen zu stricken, haben wir an Silvester wieder gesehen, als die Online titelte, mit Böllern und Sieg Heil gegen Rathaus und Polizei. Woher diese Information zu diesem bahnbrechenden Artikel kam? Von einem einzigen Facebook-Kommentar, der mittlerweile gelöscht wurde. Links Twitter war sich einig, dass man gezielt davon ablenken will, was Nazis in Deutschland anrichten. Ablenken von was? Die Polizei hat für Borna ein eigenes Hinweisportal eingerichtet. In der Berliner Morgenpost ist übrigens immer noch von Anwohnern, also einer Mehrzahl, bedeutet mindestens zwei Personen die Rede. Es war eine einzelne Person und die hat nicht einmal gesehen, was dort passiert ist. Sie will gehört haben, wie jemand im Vorbeigehen an ihrer Wohnung Sieg Heil gerufen hat. Hier ist es übrigens eine Attacke auf den Weihnachtsbaum, also in Borna gewesen. Am Brandenburger Tor hingegen schreibt man ein medienwirksamer Auftritt mitten in der Hauptstadt. Am Weihnachtsbaum wird eine Botschaft platziert. Vielleicht wollte man auch in Borna nur ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen. Wissen wir es? Vielleicht sollte ich dort einmal nachfragen. Zurück zum Maßen. Ich habe mich gefragt, warum aktuell so ein großes Drama um den Mann gemacht wird. Chemnitz war kontrovers, weil es nicht in das heile kleine Weltbild passt, dass die Medien die gutgläubigen Deutschen angelogen haben könnten. Ich bin gespannt, was passieren würde, wenn sich mal jemand das Manifest des Täters von Hanau durchliest. Jens Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. In der Jüdischen Allgemeine hat er geschrieben, dass nach den neuerlichen Aussagen des CDU-Politikers Maaßen die Christdemokraten endlich Konsequenzen ziehen müssen. Laut Wagner habe Maaßen erneut in den antisemitischen Giftschrank gegriffen. Vor einem Jahr teilte Maaßen ein Video von Sucharit Bhakti mit einem zustimmenden Kommentar. In dem Video geht es um die Notwendigkeit eines Covid-Impfverbots. Der Artikel dazu, vor ziemlich genau einem Jahr erschienen in der Jüdischen Allgemeine. Der Immunologe Carsten Watzl erklärte zu Bhaktis Ausführungen über angebliche schwere Nebenwirkungen von Impfungen, dies sei unwissenschaftlicher Unsinn. Jetzt habe ich hier nicht die Muße darauf einzugehen, außer eben darauf zu verweisen, dass der Mann offensichtlich recht hatte. Wir haben häufige, schwere Nebenwirkungen der Impfung und es kommen jeden Tag neue Erkenntnisse dazu. Wir haben Long-Covid und das Post-Vac-Syndrom. Beides tritt überwiegend bei Geimpften auf. Vielleicht wäre es cleverer gewesen, man hätte auf die kritischen Stimmen gehört und wäre den Nebenwirkungen früher nachgegangen, statt alles und jeden als Verschwörungstheoretiker und Nazi zu brandmarken. Was hat er denn diesmal gesagt, worüber man sich jetzt echauffieren sollte? Axel Steyr, Journalist, hauptberuflich bei der Seenotrettung, also einer von den wirklich, wirklich guten. Er hat geschrieben, Alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften Strukturen fest verankert, das ist mit Reformen nicht zu lösen. Man stelle sich vor, jemand würde das über Afghanistan oder ein anderes Land im Nahen Osten schreiben, inhaltlich dann auch noch auf den Islam bezogen. Wir hoffen auf ein Ende von Terror, Unterdrückung und Abschottungspolitik. Ich fürchte, dass das nicht kommt, solange Afghanistan existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften islamischen Strukturen fest verankert, das ist mit Reformen nicht zu lösen. Würde man nicht denjenigen kritisieren, der so eine Nachricht verfasst? Ein ganzes Land in Sippenhaft zu nehmen? Maaßen reagiert darauf mit, wir können dankbar für Herrn Steyr sein. Er fühlt sich so sicher, dass er ausspricht, was die treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum als Stoßrichtung haben. Eliminatorischer Rassismus gegen Weiße und der brennende Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Hier haben wir vor allem Medienkritik. Ich selbst sehe da kein Problem, abgesehen von dem ursprünglichen Tweet des Herrn Steyr. Jens Christian hingegen wittert Antisemitismus. Den antisemitischen Giftschrank soll Maaßen wieder geöffnet haben. Mit seiner Wortwahl habe er sich bei Daniel Daniel J. Goldhagen bedient. Der Holocaust-Forscher hatte 1995 in seinem breit diskutierten Buch Hitlers willige Vollstrecker von einem eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen gesprochen. Maaßen kennt selbstverständlich die Debatte um Goldhagens Buch, heißt es. Für mich in meiner kleinen heilen Welt ist das eine Grundsatzdebatte. Wie gehen wir mit Wörtern um, die in der Vergangenheit für bestimmte Ereignisse genutzt wurden, um diese zu beschreiben? Darf man damit noch Vergleiche ziehen in der Gegenwart oder diese überhaupt benutzen? Für mich wird diese Debatte nahezu obsolet, wenn ich bedenke, wie oft ich selbst auch schon als Nazi bezeichnet wurde. Auch ein Jordan Peterson wurde in Berlin vor seinem Auftritt von linken Demonstranten als Nazi bezeichnet. Wenn jeder, der heutzutage eine andere Meinung hat, als das vorherrschende Narrativ und Äußerungen oder das Verhalten von Minderheiten nicht in Frage gestellt werden darf, weil man sonst als Nationalsozialist gebrannt magt wird, dann muss man sich die Frage gefallen lassen, wer hier tatsächlich den Holocaust verharmlost. Ich bin mir sicher, dass ein Hans-Georg Maaßen hier nicht das Problem ist. Der Autor und Leiter der Stiftung ist sich aber ganz sicher. Als demokratische Partei hat die CDU nur eine Wahl, sich so schnell wie möglich von dem Mann zu trennen. Der Generalsekretär der CDU fordert ihn auf, die Partei zu verlassen. Der ehemalige Verfassungsschützer stelle sich wieder und wieder in die Nähe der AfD. Der damalige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerte sich 2019 noch so. In der CDU als Volkspartei der Mitte werden unterschiedliche Meinungen vertreten und das ist auch gut so. Diese Meinung teile ich auch. Auch unsere hochgeschätzte Innenministerin hat sich jetzt dazu geäußert. Sie nennt seine Aussagen abstoßend und menschenverachtend. Nicht die Aussagen von Mensch Steier, sondern die von Maaßen. Man bedenke, dass der Journalist, auf den sich Maaßens Tweet bezog, den Untergang von Deutschland fordert. Weiter steht darunter, ehrenhaft Alex. Aber warum genau müssen die nach dem Retten nach Europa, damit sind Flüchtlinge gemeint, Steier? Na, weil wir das so wollen. Wir sitzen am längeren Hebel. Bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Ich bin ehrlich, ich möchte mich nicht gerne als Weißbrot bezeichnen lassen. Michel dazu. Also sie möchten für sich und andere Menschen in Deutschland gerne ein beschwerliches Leben voll Unsicherheit, Instabilität, Aggression und Gewalt gegen Einheimische als auch Migranten in der dritten und vierten Generation? Steiers Antwort, nein, es wird irgendwann keine Weißbrot mehr geben, weil ihre Nachkommen in 50 bis 100 Jahren sich, offenbar anders als sie, für einen Partner entscheiden, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Ich glaube, man könnte ihn ganz offiziell zu Team Umvolkung zählen. Ich habe nicht ein einziges kritisches Wort über ihn gelesen. Man will überhaupt nicht, dass die Menschen verstehen, worauf sich Herr Maaßen mit seinen Aussagen bezieht. Man macht die Schublade auf, holt antisemitisch und geschichtsrevisionistisch hervor und will einen Ausschluss aus der Partei prüfen. Schaut euch die beiden Aussagen bitte ganz genau an. Er hat der Maaßen geschrieben, jetzt wo ich Vorsitzender der Werteunion bin, ist bald Schluss mit dem lustigen Leben als Schwarzkopf in Deutschland. Ich hätte den Aufschrei verstanden und das genauso scharf kritisiert. Das, was hier passiert, ist doch offensichtlich eine Agenda. Stellt euch einfach selbst die Frage, aus welchem Grund hier der Zusammenhang überhaupt keine Rolle spielt. Vielleicht auch gar keine Rolle spielen darf. Das müsst ihr allerdings selbst entscheiden. Ich kann euch nur die Tür zeigen. Nachdem Thüringen zuletzt wegen äußerst demokratischen Abläufen nach einer Wahl zum Ministerpräsidenten auf sich aufmerksam gemacht hat, wollen die Grünen jetzt an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen. Am Montag wurde der grüne Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz Dirk Adams vom Regierungschef Ramelow aus dem Amt entlassen. Zudem hat die Umweltministerin Anja Siegmund ihren Rückzug aus der Politik angekündigt und wird ihr Amt zum Ende des Monats niederlegen. Dieses Amt will nun der bisherige Landesvorsitzende der Grünen Bernhard Stengele übernehmen. Ein aus Bayern stammender Regisseur. Bei den Grünen herrscht ein strenges Quotenregime, sprich eine Frauenquote. Würden nun Adams und Stengele Minister werden bzw. der eine bleiben, dann wären 100% der Grünen Minister Männer und das geht natürlich gar nicht. Der Regisseur wird zum Umweltminister und die Polizistin und Sacharbeiterin wird Justizministerin. Adams selbst äußert sich dazu, er musste weichen gegen seinen Willen, wie er am Montag auf Twitter deutlich machte. Die LandessprecherInnen hatten ihn am Sonntag zum Rücktritt aufgefordert. Dieser Aufforderung könne er aus Verantwortung gegenüber meinem Ministerium nicht nachkommen, teilte er mit. Der Spitze der Landespartei stehe es aber frei vom Ministerpräsidenten meine Entlassung zu fordern. Mit anderen Worten, ihr müsst mich schon rausschmeißen, freiwillig gehe ich nicht. Und das ist passiert. Jetzt können die Grünen sich damit rühmen, dass sie die Frau, die bekannt wurde als einzige Afrodeutsche, also schwarze Polizistin in Thüringen, dass sie diese Frau als erste Afrodeutsche, also schwarze Landesministerin in Ostdeutschland haben. Denn was ist wichtiger als die Hautfarbe in so einem Amt? Gar nichts. Naja, das Geschlecht. Und dann die Hautfarbe? Ich würde sagen, erst die Hautfarbe, dann das Geschlecht, dann mögliche körperliche Einschränkungen. Nein. Hautfarbe, Sexualität, Geschlecht. Ich muss mir die Liste nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Eine Frau und dann auch noch schwarz. Das muss ein Erfolgskonzept für das Landesministerium sein. Ich meine, was sonst könnte da eine Rolle spielen? Wir machen weiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht wieder um den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den RBB. Die Interimsintendantin beim RBB, Katrin Wernau, hat die Chefjuristin Susann Lange entlassen. Der Vorwurf? Veruntreuung von Gebührengeldern. Also was ganz Neues. Frau Lange ist, bis jetzt, die dritte von insgesamt vier Direktoren, die ihren Hut nehmen musste, seit dem September Katrin Wernau vom WDR als Interimsintendantin zum RBB überwechselte. Ihr Auftrag erteilt vom ARD-Chef Tomburo Ausfegen. Lange soll einen leitenden Mitarbeiter für sieben Jahre freigestellt haben bei weiterlaufender Zahlung des Gehalts. Ja, ihr habt richtig gehört. Sieben Jahre lang freigestellt bei weiterlaufenden Gehaltszahlungen. Zu ihrem Jahresgehalt von 198.000 Euro hat sie eine Prämie in Höhe von 38.000 Euro kassiert. Jetzt ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gegen Lange wegen Verdachts der Untreue. Für die Zukunft hat sie auch vorgesorgt. Ihr Vertrag ist so gestaltet, dass sie bis zu ihrem Renteneintritt rund 1,7 Millionen Euro zu erwarten hat. Zahlungen in Form von Sonderrenten an ausgeschiedene Führungskräfte kosten pro Jahr 2,5 Millionen Euro Gebührengelder. Auch Familienmitglieder der ÖR-Angestellten werden von den Beitragszahlern mitversorgt. Nach Informationen von Welt am Sonntag bekam die Witwe eines vor 34 Jahren verstorbenen Ex-Intendanten im Jahr 2021 jeden Monat fast 9.500 Euro ausgezahlt. Ein mit 58 Jahren ausgeschiedener einstiger Fernsehdirektor, der nur 5 Jahre für den Sender gearbeitet hat, bekommt vom RBB ein Ruhegeld von derzeit monatlich 7.000 Euro. Lebenslang. Bislang handelt es sich um gut eine Million Euro. Fernsehdirektoren gehören beim RBB zur Geschäftsleitung und erhalten zwischen 19.000 und 22.000 Euro monatlich. Manche der Seniorchefs bekamen lebenslanges Ruhegeld gleich mit dem ersten Arbeitstag garantiert. Inklusive jährlicher Steigerungen. Als wären sie noch im Amt und würden einfach nach Tarif bezahlt werden. Welt am Sonntag führt hier ein Beispiel auf, nachdem ein mittlerweile 91-jähriger Ex-Intendant jährlich 157.000 Euro bekommt. Während seiner längst vergangenen nur dreijährigen Amtszeit beim RBB hatte er nur 138.000 Euro jährlich verdient. Nach drei Jahren Arbeit ein lebenslanges Ruhegehalt mit jährlicher tariflicher Steigerung. Unfassbar. In einem anderen Video habe ich euch von den lebenslangen Ruhegehältern unserer ehemaligen Bundespräsidenten erzählt. Auch wenn das Amt des Bundespräsidenten sich nicht mit irgendeiner Stelle beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergleichen lässt, halte ich es für ziemlich bedenklich, dass solche lebenslangen Ruhegehaltszahlungen, solche Verträge, überhaupt einfach so möglich sind. Und bedenkt auch, dass es sich entweder um Gebührengelder oder Steuergelder handelt. All dieses Geld könnte eingespart und der Bürger im Endeffekt großzügig entlastet werden. Ob wir das vielleicht noch einmal erleben? Die Ruheversorgung mit der ehemaligen Chefjuristin des RBB schloss übrigens die Ex-Intendantin mit den Massagesitzen und den italienischen Holzböden Patricia Schlesinger selbst ab. Würde die Direktorin entlassen, bekäme sie weiter 50% ihres Gehalts bis ans Lebensende. Sie dürfte sogar hinzuverdienen. Im Todesfall bekäme langes Ehefrau 60% Witwengeld. Sie, also die Ehefrau, Sylvie, ist selbst RBB-Verwaltungschefin. Auch Kinder, Geschwister und Geschwisterkinder sowie Stiefkinder würden kassieren, wenn sie zum Zeitpunkt des Todes zur häuslichen Gemeinschaft gehört haben. Was soll man dazu noch sagen? Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mein erstes Schulpraktikum damals beim RBB gemacht und mich systemtreu bis zum Intendanten oder irgendeinem Direktorposten hochgeschlafen. Scheint mir einfacher zu sein, als Bundespräsident zu werden, um solche lebenslangen Zahlungen zu erhalten. Reden wir noch über die Kosten der Aufarbeitung. Weil das Thema so viel Spaß macht, noch ein Punkt dazu. Der Skandal um den RBB ist ja quasi schon ein alter Hut. Wir haben uns dran gewöhnt. Massagesitze. Man hat sich vorgenommen, das ganze Thema aufzuarbeiten, aber diesmal so richtig. Es geht diesmal um die Aufarbeitung selbst. Eine freie RBB-Redakteurin enthüllte stapelweise Rechnungen von vier, in Worten und Zahlen vier. Diese vier Anwaltskanzleien. Alle vom Sender beauftragt mit der Aufklärung des Prass- und Kungelskandals an der Masurenallee. Der RBB berichtet so. 31 Rechtsanwälte rechneten Stundensätze von 250 bis 500 Euro ab. Für Telefonate, E-Mails, Videokonferenzen, Durchsicht von Unterlagen. Summe bis Ende November 1,4 Millionen Euro. Es könnten sogar noch 2 Millionen werden. Die Rechnung für Dezember und Januar sei nämlich noch gar nicht gestellt. RBB-Sprecher Justus Dimmer dementierte das und teilte auf Anfrage von RBB24 mit, die Höhe der Anwaltskosten könne das Unternehmen in der dargestellten Höhe zu dem bezeichneten Zeitraum nicht bestätigen. Wir erwarten allerdings Gesamtkosten von deutlich über einer Million Euro. Naja, alles zwischen 1,4 und 2 liegt auch deutlich über einer Million Euro. Weiter noch. Dem Eindruck, es seien 31 Anwälte zeitgleich für den RBB tätig gewesen, möchten wir ebenfalls entgegentreten. Okay, also waren sie nur nicht zeitgleich tätig, die 31 Anwälte. Es wird erwartet, dass der RBB diese erstaunlichen Kosten erklärt, denn bisher brachten die Untersuchungen kaum Neues zutage. Alles schon von der Presse enthüllt. Die Anwälte sollen zudem tagelang beraten haben, welche Papiere sie der Berliner Generalstaatsanwaltschaft überreichen. Der Bericht erweckt den Eindruck, dass die Kanzlei möglichen Mittätern des Systems Schlesinger hilft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sagte Jurist Erik Sohn von der SPD. Der neuen RBB-Chefin Katrin Wernau könnte angesichts der Millionenkosten ein Verfahren wegen Veruntreuung von Beitragsgeldern drohen. Ironisch, oder? Wenn man denkt, es wird nicht mehr besser. Wobei, eine gute Nachricht habe ich dann doch noch. Naja, zumindest in Teilen. Der ARD kündigt umfangreiche Sparmaßnahmen im Programm an. Laut dem neuen ARD-Chef Gniffke soll ein linearer Kanal bald eingestellt werden. Die großen Fernsehsender ARD, ZDF, die dritten Programme, der ARD, Dreisat und Arte sind explizit davon ausgenommen. Bei allen anderen Sendern, Phoenix, Kika, ZDF Neo und Info, ARD Alpha, Tagesschau 24 und One müssen nun Gremien entscheiden, wie es weitergeht. Gerade One, ehemals 1 Festival, könnte sogar die komplette Einstellung bevorstehen. Ich kann sich jemand von euch vorstellen, ohne One, ehemals 1 Festival, überhaupt morgens aus dem Bett zu kommen? Bis 2030 sollen ARD, ZDF und Deutschlandradio im Verbund die erfolgreichste Streaming-Plattform in Deutschland sein. Dieser Verein nimmt ca. 10 Milliarden Euro ein. 8 Milliarden aus dem Rundfunk und 2 Milliarden mit Werbung. Jetzt eine kleine Quizfrage, bevor ihr die Auflösung seht. Was glaubt ihr denn, wie viel Umsatz alle anderen privaten Sender und Medienhäuser in Deutschland zusammen erwirtschaften? Angefangen von Regionalzeitungen, TV-Zeitschriften, irgendwelche Spotify-Podcasts, die gesamte Spiegelgruppe Fokus, private Radiosender, große Zeitungen wie Bild, Welt, FAZ, private Fernsehsender, ProSieben, ZDF1, alle zusammen. Was glaubt ihr, wie viele diese Sender, die privaten Medien in Deutschland, alle zusammen im Jahr 2021 an Umsatz gemacht haben? Mit allen Angeboten, die es gibt. Es sind immer noch mehr als 2 Millionen Euro weniger als das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Jahr zur Verfügung hat. Am 18.01. berichtete die Bild, dass der erste ARD-Sender 2025 pleite gehen könnte. Carola Wille, noch bis Oktober Intendantin beim MDR, Jahresgehalt 310.000 Euro. Die Landesrechnungshöfe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rechnen mit dem MDR ab. Bild liegt der 36-seitenstarke Prüfbericht aus den Jahren 2016 bis 2020 vor. Die Details, bis 2024 rechnet der MDR mit einem Defizit von 141 Millionen Euro. Nur bis dahin kann das Minus durch Rücklagen ausgeglichen werden. Danach seien diese aufgebraucht. Heißt, 2025 hat der MDR kein Geld mehr. Die Kosten der Altersversorgung für MDR-Mitarbeiter explodieren. Von 2,1 Millionen im Jahr 2016 auf 52,3 Millionen 2019. Und es wird noch teurer. Allein die im Herbst ausscheidende Intendantin Carola Wille soll 4,6 Millionen Euro bekommen. Ein ausreichender Stellenabbau sei nicht erkennbar, rügen die Rechnungshöfe. Von den 2063 Mitarbeitern 2020 verließen gerade 9, wieder in Worten und Zahlen, 9 den MDR, meist aus Altersgründen. Bis 2024 sollen lediglich 16 weitere gehen. Verträge für die Produktion von zum Beispiel Schlagersendungen für die ARD wurden erst nachträglich unterzeichnet. Rechtlich unsicher, sagen die Prüfer, fordern mehr Kontrolle. Weder für das Online-Portal Meine Schlagerwelt noch für den MDR-Jump in Halle habe der Sender konkrete Zielvorgaben für deren Erfolg formuliert, noch irgendwelche Nutzerdaten ausgewertet. Im Klartext, der MDR weiß gar nicht, wer seine Hörer sind. Wie ich eben bereits erwähnt habe, hat der WDR für die Intendantin Carola Willis insgesamt 4,6 Millionen Euro angespart. Insgesamt hat der MDR für die Betriebsrente von Mitarbeitern 604 Millionen Euro zurückgelegt. Für Carola sind das dann im Monat rund 18.000 Euro. Wem will man das erklären? Die Bevölkerung soll laut Politik den Waschlappen benutzen, die Heizung runterdrehen oder einen dicken Pullover anziehen. Aber die 18,36 Euro monatlich, damit Frau Willis eine Rente von 18.000 Euro erhalten kann, daran wollen wir nichts ändern. Es ist einfach unfassbar. Der Lehrerverband. Der Lehrerverband sieht ein Integrationsproblem in Deutschland. Der Präsident des Lehrerverbandes deutlich, darum brauchen Schulen Migrationsquoten. Die Ereignisse der Silvesternacht bringen nun auch die Schulen in Verruf. Müssen sie mehr für die Integration Jugendlicher leisten? Die Gewaltexplosion zu Silvester hat auch an Deutschlands Schulen Fassungslosigkeit ausgelöst. Ich bin mir sicher, dass bei jedem, der nicht vollkommen verstrahlt im Kopf ist, diese Bilder Fassungslosigkeit ausgelöst haben. Was läuft in der Integration falsch? Können auch Schulen dazu beitragen, Migranten besser zu integrieren? Ja, sagen die Chefs der Lehrerverbände. Wir haben ein Integrationsproblem in Deutschland, welches sich natürlich auch an den Schulen abspielte, so Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, zu Bild. Die Vorfälle der Silvesternacht seien eine Frage der Werteerziehung, so Meidinger. Viele Elternhäuser würden diese Art der Erziehung heute nicht mehr leisten oder diese an die Schulen übertragen. Die Lehrer würden ihr Bestes geben, die Erziehung nachzuholen, beteuert der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Aber ohne die Zusammenarbeit mit den Eltern kämpfen sie hier oft auf verlorenen Posten. Es wird besonders problematisch, wenn eine Zusammenarbeit überhaupt nicht möglich ist, weil es eine Sprachbarriere gibt. Für viele der hier lebenden Migranten, und wenn wir von Migranten reden, dann reden wir fast ausschließlich über Muslime. Hier geht es niemals um Griechen, Portugiesen, Japaner oder Chinesen. Also für viele dieser Migranten ist und war es überhaupt nicht notwendig, die deutsche Sprache hier erst zu lernen, um hier überhaupt zurechtzukommen. Sie leben in eigenen Vierteln, die auch häufig durch Sozialbauten Brennpunkte sind. Es gibt eigene Ärzte, Friseure, Apotheken, Lebensmittelläden, Kioske, Kneipen, Anwälte, Pflegedienste, vieles mehr. Und wenn man dann noch die hohe Arbeitslosenquote betrachtet, dann gibt es auch in diesem Umfeld keine Notwendigkeit, die Sprache schnell zu erlernen. Es gibt Migranten, die vor 20 Jahren und länger nach Deutschland gekommen sind und kaum ein Wort Deutsch sprechen können. Man hat sich eben angepasst. Oftmals ist das auch mit einer schlecht ausgeprägten Muttersprache bei jungen Migrantenkindern verbunden. Will man eine andere Sprache erlernen, dann ist es von großem Vorteil, eine Sprache in Wort und Schrift wirklich fließend zu beherrschen. Beim Erlernen neuer Sprachen bezieht man sich nämlich immer auf seine Muttersprache und wendet dabei Vergleiche an. Daher stellen Deutsche im Englischen häufig Sätze um, da sie es eben eins zu eins aus dem Deutschen übertragen. Beherrscht man die eigene Muttersprache auch nur rudimentär, fällt einem auch das Erlernen neuer Sprachen wesentlich schwerer. Ein Phänomen, welches sich bei vielen jungen Migranten beobachten lässt und auch in ihrer Ausdrucksweise. Meiniger spricht sich deshalb für Migrantenquoten an Schulen und in Klassenzimmern aus. Wir brauchen verpflichtende vorschulische Förderung, flächendeckende Sprachstandtests und Migrationsquoten, so der Verbandschef zu Bild. Integration gelinge nämlich nicht, wenn in Klassen 95% nicht deutsche Schüler säßen. Eine konkrete Quote will Meidinger nicht nennen, aber ab einem Anteil von 35% von Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse nehmen die Leistungen überproportional ab, so Meidinger. Ein weiterer zwangsfinanzierter Gag-Schreiber vom ZDF-Magazin sieht hier das rassistische Gesicht Deutschlands. Wir haben hier jemanden, der die Realität beobachtet und seine Einschätzung über eine mögliche Lösung teilt. Wenn die Beobachtung zeigt, dass die Leistung auf einem Anteil von 35% Kindern mit Migrationshintergrund abnimmt, dann kann man diese Tatsache erstmal annehmen und nach Lösungen suchen oder man schreibt einfach ganz laut Rassismus und veranstaltet am besten eine Mahnwache und ein Konzert gegen rechts. Vorsichtshalber. Ist mit dieser Einstellung irgendwem geholfen? Und der Höflichkeit halber wird hier allgemein von Migrationshintergrund gesprochen, aber wir wissen, um welche Gruppe es sich im Speziellen handelt. Ähm, Muslime. Ähm, Westasiaten. Ähm, Hust. Zuletzt ist Canberk Köktürk mit seinen Beileidsbekundungen zu Papst Benedikt XVI. äußerst positiv aufgefallen, wie ihr hier sehen könnt. Bedeutet, optimal sei eine Quote von rund einem Drittel Migranten pro Schule und Klasse. Dies sei in der Realität jedoch kaum umsetzbar. Meidinger bedauert außerdem, dass die eigentlich vereinbarten Bildungsinvestitionen der Koalition nicht vorankommen würden. Es kommt mir so vor, als ob bei der Prioritätensetzung der Politik die Bildung hinten anstellt. Der Präsident des Lehrerverbandes warnt, wenn man Bildung so schleifen lässt und hier nicht massiv gegengesteuert wird, dann werden Konflikte zunehmen. Susanne Lynn Kitzling, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, betont gegenüber Bild, dass die Schule einen Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder und Jugendliche hätte, welchem die Bildungsstätten auch grundlegend nachkommen würden. Solche Ereignisse wie die Silvesternacht sollten allerdings als Anlass dienen, diese Wertevermittlung zu vertiefen, sagt die Expertin. Wertevermittlung ist hier ein gutes Stichwort. Da muss man an mehreren Punkten ansetzen. Einer wäre es, die Kontrollen der über 3000 Moscheen auszuweiten und zu prüfen, welche Inhalte und Werte dort in Deutschland vermittelt werden. Denn wenn das gesamte private Umfeld darauf ausgelegt ist, den Staat und seine Organe zu delegitimieren und die religiöse Weltanschauung über die hiesigen Gesetze zu stellen, können hier Sozialarbeiter mit ihrer begrenzten Zeit und Mitteln niemals gegen angehen. Für Lynn Kitzling muss das Problem vor allem von Sozialarbeitern angegangen werden. Auch neben der Schule müssten als Teil der Integration unsere demokratischen Werte vermittelt werden, so die Expertin. Na da bin ich doch mal gespannt, wie sie das vorhat. Sie fordert in Bild, in Brennpunktvierteln müssen Budgets aufgestockt werden, um solche Sozialarbeit im Kiez zu ermöglichen. Meiner Meinung nach müssen die Budgets aufgestockt werden und die Orte kontrollieren, an denen die Werte explizit mit Füßen getreten werden oder gegensätzlich zu diesen Werten Inhalte an junge Menschen vermittelt werden. Wie zum Beispiel in vielen Moscheen in Deutschland. Während Schulen aktuell Lehrkräftemangel, Corona-Aufholprogramme und Grippewellen zu beklagen haben würden, diese ihr Bestes geben, dabei zu helfen, das Integrationsproblem in Deutschland zu lösen und gleichzeitig ihren anderen Verpflichtungen nachzukommen, betont Heinz-Peter Meidinger. Ich glaube, das ist unmöglich. Er sagt weiter, aber die große Verantwortung liegt hier ganz klar in der Politik. Ich persönlich halte unser föderalistisches Bildungssystem lange für überholt und nicht mehr zeitgemäß. Die verschiedenen Abschlüsse haben auch Auswirkungen auf Studienmöglichkeiten, was in einem so kleinen Land wie Deutschland nicht sein darf. Es braucht ein einheitliches Schulsystem für ganz Deutschland, ein einheitliches Abitur. Die Voraussetzungen für Studiengänge müssen massiv verschärft und vom NC und dem Abitur weiter entkoppelt werden. Das ist mit erweiterten Eingangstests zum Beispiel möglich oder Probestudiengängen. Ich habe in einem meiner letzten Videos darüber gesprochen, dass die Tagesschau bisher keinen einzigen Artikel oder Beitrag über die Twitter-Files veröffentlicht hat. Beim NDR gab es einen vierminütigen Audio-Beitrag dazu. Der Faktenfinder der Tagesschau hat am 5.1. einen Artikel dazu veröffentlicht mit der Überschrift Wie Elon Musk Verschwörungsmythen fördert. Wir erinnern uns daran, dass durch die Twitter-Files öffentlich gemacht wurde, dass die Reichweite bestimmter Personen künstlich eingeschränkt wurde. Das geschah auf Drängen bzw. Anfragen der Politik. Sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern. Da hier aber deutlich mehr Anfragen von Seiten der Demokraten kamen, wurde so ein verzerrtes Meinungsbild dargestellt. Vor allem im Rahmen der letzten US-Wahlen ist das katastrophal für unsere Meinungsfreiheit. Auch das FBI hat sich regelmäßig mit Twitter in Verbindung gesetzt, um Beiträge zu zensieren und Reichweiten einzuschränken. Und das erste, was der Tagesschau ja einfällt, Verschwörungsmythen. Mit großem Getöse hat Musk die sogenannten Twitter-Files angekündigt, angebliche Enthüllungen darüber, wie auf Twitter unliebsame Meinungen zensiert worden seien. Laut Experten sind die Erkenntnisse nicht neu, verraten aber viel über Musk selbst. Die Öffentlichkeit hat verdient zu erfahren, was hier wirklich passiert ist, schrieb der Twitter-Inhaber und Multimilliardär Elon Musk Ende November auf der Plattform. Die er im Oktober für 44 Milliarden US-Dollar übernahm. Welche Rolle spielt es eigentlich, dass er nicht nur Twitter besitzt, sondern auch Multimilliardär ist? Nur für den Zusammenhang der Veröffentlichung der Twitter-Files? Ich habe keine einfache Antwort auf die Frage. Naja, schon aber keine, die dem gemeinen Tagesschau-Zuschauer wahrscheinlich gefallen wird. Musk spielte damit auf die Veröffentlichung der sogenannten Twitter-Files an, eine Reihe interner Dokumente des sozialen Netzwerks, die Musk ausgewählten Journalisten zur Verfügung gestellt hat. Doch der große Skandal blieb bislang aus. Vor allem außerhalb der USA sorgten die Twitter-Files für wenig Aufmerksamkeit. Mit Ausnahme von verschwörungsideologischen Kreisen. Naja, wenn die Öffentlich-Rechtlichen in keinem nennenswerten großen Format überhaupt über die Twitter-Files berichten und dann davon ausgehen, naja, diese schlagen ja gar nicht ein. Wer macht denn Medien? Wer macht denn Meinung in Deutschland? Die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrem irrwitzig hohen Budget und, warum auch immer, einem viel zu hohen Ansehen in der Bevölkerung? Ihr seid diejenigen, die Meinung macht. Wenn in Deutschland oder in großen Teilen nicht über die Twitter-Files oder andere Themen berichtet wird, dann weil ihr es so wollt. In den verschwörungsideologischen Kreisen wird Musk als vermeintlicher Aufklärer gefeiert, der die Korruption von Twitter aufgedeckt habe, um das große Erwachen möglich zu machen. Das meiste ist schon lange bekannt. Das fasst auch so ziemlich die nächsten Zeilen dieses Artikels zusammen. Kennt man schon, ist nichts Neues, ist nicht wirklich bestätigt, rechtsextreme Verschwörung und so weiter. Musk liest zudem auf Twitter ihm unliebsame Accounts sperren, darunter mehrere Journalisten von etablierten Medien. Zum einen ist Journalisten von etablierten Medien keine Begründung, um auf Twitter nicht gesperrt zu werden, wenn man gegen die Richtlinien verstößt. Zum anderen entspricht das einfach nicht der Wahrheit. Die Accounts wurden vorübergehend deaktiviert, weil sie seine Flugdaten geteilt oder auf eine Seite von Dritten verwiesen haben, die diese Daten geteilt haben. Und auch die Sperrung, die siebentägige, war eine Beeinstimmung mit den aktualisierten Twitter-Richtlinien zum Doxing. Kann man blöd finden, ist dabei etwas anderes, als hat ihm unliebsame Accounts sperren lassen. Das vermittelt dem gemeinen öffentlich-rechtlichen Zuhörer und Leser, diese Accounts seien einfach nur, weil Musk es so wollte, jetzt für fortan auf alle Zeit gesperrt. Das ist gelogen. Vor kurzem wurde ich auf dieses Video hier aufmerksam gemacht. Vielleicht haben sie in den letzten Wochen immer so mitgekriegt, US-Diplomaten, US-Politiker sagen, die EU muss jetzt mal mehr Geld in die Ukraine überweisen. 3,5 Milliarden Euro pro Monat sind da so im Raum. Und die EU soll jetzt mal ganz dringend, aber jetzt flott. Wissen Sie warum? Die Amerikaner haben 40 Milliarden US-Dollar Waffen geliefert, also Gegenwert. Das ist aber keine Schenkung. Das sind Leihgaben. Land and Leased Act 2022. Das heißt, die Ukraine muss diese Waffen bezahlen. Und die Ukraine hat das Geld gerade nicht. Deswegen soll bitte die EU das Geld an die Ukraine überweisen, damit die Ukraine die Waffendieferung an die USA bezahlen kann. Umgekehrt, die Waffen, die wir liefern, sind natürlich alles Schenkungen. Da habe ich dann erstmal verstanden, als ich das rausgefunden habe, warum die Forderung kommt, dass wir es bezahlen sollen. Da war es für mich klar, warum und weshalb. Aber draußen weiß das keiner. Wenn sie das mal rumerzählen, da werden sie komisch angeguckt. Können sie alles nachlesen. Land and Leased Act 2022 steht das alles drin. Ich habe dann in meinem näheren, auch politisch interessierten Umfeld nachgefragt und auch da hat noch nie jemand etwas vom Ukraine Democracy Defense Land and Lease Act 2022 gehört. Beschlossen wurde dieser im April 2022. Das bedeutet, dass die USA an die Ukraine und andere osteuropäische Länder Waffen liefern und Darlehen vergeben können. Bisher in Höhe von etwa 40 Milliarden US-Dollar. Darunter fallen neben Waffen und Geld auch andere Güter wie Lebensmittel. Zum Beispiel, diese Darlehen sind erst einmal auf fünf Jahre beschränkt oder an die Bedingung geknüpft, dass die Länder, welche US-Hilfen erhalten, die entstandenen Kosten der Militärausrüstung tragen können. Grundsätzlich ist die Lieferung von Gütern, speziell Waffen, in so einem Kriegsfall eine kritische Sache. Dass große Teile von Europa, der NATO, die Ukraine mit Waffen und jetzt auch Panzern aus Deutschland unterstützen, ist ja kein Geheimnis. Ich muss sagen, dass ich die gesamte Thematik rund um die USA, die NATO und Russland sehr kritisch betrachte. Der beste Krieg wäre natürlich gar kein Krieg. Diese Vorstellung ist in der aktuellen Situation aber unrealistisch fast ein Stück naiv. Dieses Gesetz hat auch einen ziemlich populären Vorläufer. Warum genau dieser Land-in-Lease-Act notwendig war, bleibt mir beim Teilen ein Rätsel. Es sind wahrscheinlich mehrere Gründe. Er soll auch einen symbolischen Charakter haben. 1941 trat der Land-in-Lease-Act in Kraft, um die Briten im Kampf gegen Hitler zu unterstützen. Später auch die Sowjetunion und China im Krieg gegen Japan. Durch verschiedene Neutralitätsgesetze in den 1930er Jahren war es den USA damals nicht erlaubt, einfach Waffen oder andere Güter per Kredit an die Briten zu liefern. Deshalb wurde der Land-in-Lease-Act beschlossen. Grundsätzlich kann man den Krieg in der Ukraine und sämtliche Waffenlieferungen in Krisengebiete kritisch sehen. Zumindest ist das meine bescheidene Meinung dazu. Hätte ich die Wahl, ob ich in einem von Russland besetzten Land oder in einem, welches sich eher an unseren westlichen, freiheitlichen Werten orientiert, leben möchte, dann würde meine Wahl leicht fallen. Trotz der aktuellen LGBT-Transgender-Ideologie, die hier verfolgt wird. Ist internationale Politik genauso leicht wie meine persönliche Entscheidung? Ziemlich sicher nicht. Aber auch das ist ein anderes Thema. Schon damals haben sich die USA bei ihrem Land-in-Lease-Act einen Teil der Zuwendungen zurückzahlen lassen. Auch wenn man schon damals nicht mit einer Rückzahlung gerechnet hatte, da die wirtschaftliche Situation eines Landes nach so einem Krieg nicht ganz so optimal aussieht. Dann spricht Espendela an, dass die USA Druck auf die EU ausüben, dass endlich mehr Zahlungen an die Ukraine geleistet werden sollen, damit auch die Darlehen und militärische Ausrüstung an die USA zurückgezahlt werden können. Das kann man den USA nun vorwerfen oder einfach anerkennen, dass es ziemlich clever ist, da die Ukraine in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein wird, diese Zahlungen selbst zu leisten. Mit den einfachen Worten wird hier Stimmung gegen die USA gemacht. Was ich nur in Teilen hier unterstütze. Ich bin der Meinung, dass der Krieg in der Ukraine schnell ein Ende finden muss. Es sterben weiterhin Menschen. Auf beiden Seiten. Es wird gerne vergessen, dass auch auf der russischen Seite nur Menschen kämpfen, die auch eine Familie zu Hause haben, die auf sie wartet. Schaut man sich die Reaktionen auf vermeintliche ukrainische Erfolge und die getöteten russischen Soldaten an, dann muss man sich auch die Frage gefallen lassen, ob man selbst so viel besser ist als diejenigen, die man so überheblich kritisiert. Der Land and Lease Act ist vor allem symbolisch und historisch betrachtet sehr interessant. Viel mehr ist es dann aber auch nicht. Und es ist wirtschaftlich durchaus nachvollziehbar, dass man sich finanziell absichern möchte. Ein Weg, den Deutschland und auch andere EU-Länder in dieser Form nicht gehen. Ich stelle mir allerdings die Frage, warum das so ist. Eine schöne Nachricht über eine Abwahl einer Grünen-Beigeordneten. Zumindest eine beinahe Abwahl. Diese Nachricht hier hat mir Flashbacks zur Thüringen-Wahl gegeben. Die Grünen-Beigeordnete im Stadtrat Blieskast Lisa Becker sollte im zweiten Versuch abgewählt werden. Und ausgerechnet ein AfD-Mitglied erklärte kurzfristig, dagegen zu stimmen und entschied damit, dass die Grüne im Amt bleibt. Dem Ganzen geht eine längere Fede voraus. Die Ex-Spitzenkandidatin sucht vor der Abwahl den Kontakt zur AfD. Das macht die AfD selbst publik. Becker bestreitet die Gespräche nicht, spricht gegenüber der Saarbrücker Zeitung, aber von einem Nebenkriegsschauplatz. SPD, CDU und der Vertreter der FDP hätten die erforderliche zwei Drittel Mehrheit für eine Abwahl zwar voll gemacht, aber in der zweiten von zwei notwendigen aufeinanderfolgenden Sitzungen, bei denen es einer qualifizierten Mehrheit bedarf, entschied sich die AfD-Abgeordnete Heike Horl-Burg gegen die Abwahl, auch wenn sie im ersten Wahlgang noch dafür gestimmt hatte. Das heißt, in beiden Fällen war man auf die Stimmen aus der AfD angewiesen. Die SPD beschloss dann, vollkommen heroisch, dass es keine demokratische Entscheidung durch die AfD geben dürfe und die SPD auch gegen die Abwahl stimmen würde. Das hätte ja im Endeffekt keine Rolle gespielt, denn es gab ja schon keine erforderliche Mehrheit mehr, aufgrund dieser einen AfD-Stimme. Es ist einfach eine lächerliche Shitshow. Und ich musste direkt an die Kemmerich-Wahl denken und an Merkels Worte, man müsse diese Wahl rückgängig machen. Eine demokratische Wahl, bei der den etablierten Parteien einfach nur das Ergebnis nicht gepasst hat. Ich bin in der Zukunft auf weitere dieser Geschichten gespannt und auch darauf, ob es den Menschen hier vielleicht irgendwann auffallen wird, wie gern und häufig die Demokratie tendenziell großzügig ausgelegt wird, solange es eben den eigenen politischen Interessen dient. Denken wir an das Kemmerichsche Vorbild aus Thüringen, dann wäre die einzige logische Konsequenz, dass die gute Frau Becker jetzt zurücktritt. Noch einmal, ohne die Stimmen der AfD wäre es nie dazu gekommen, dass diese Frau im Amt bleibt. Glaubt ihr, dass sie so konsequent sein wird und die Amt niederlegt? Ich wage es zu bezweifeln. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Morgenstern-Show. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen und eine Bewertung dalassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video.